Hausarrest, Ausgangssperre, Quarantäne oder Quarantäne, genießt es. Hausarrest, Ausgangssperre, Quarantäne oder Quarantäne, genießt es. Telefonieren wir noch mal heut, das ist eine änderische Zeit. Was sagt's denn da, liebe Leute? Ja, so eine änderische Zeit. Der Bafon ist nicht mehr weit, verlieren wir den Humor nicht heut. Na, 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 die Fischer haben eine Freude. Zur Ruhe kommen wir heut. Was macht man denn heut? Ja, 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 das ist eine änderische Zeit. Telefonieren wir nur mal heut. Das ist eine änderische Zeit. Und das Ende ist noch weit. Das ist eine änderische Zeit. Was sagt's denn da, liebe Leute? So eine änderische Zeit. Der Bafon ist nicht mehr weit. Ja, so eine änderische Zeit. Nur die Fischer haben eine Freude. Der Liefen immer noch mal heut. So eine änderische Zeit. Wollt man ein Hamster kaufen heut. So eine änderische Zeit. Braucht man nur ein Hamsterfuhrer. Braucht man nur ein Hamsterfuhrer. So eine änderische Zeit. Telefonieren wir noch mal heut. Ja, so eine änderische Zeit. Und das Ende ist noch weit. Das ist eine änderische Zeit. Was sagt's denn da, liebe Leute? Ja, so eine änderische Zeit. Der Bafon ist nicht mehr weit. So eine änderische Zeit. Telefonieren wir noch mehr hat. Vielen Dank.